Was sind die besten Produkte von Neosabs? Vielleicht habt ihr ja schon mein Body IP Gewinnspiel gesehen. Darin habe ich euch einen Warenkorb meiner Favoriten vorgestellt und den dann unter den Zuschauern verlost. Und genau dasselbe, das machen wir heute nochmal, nur eben nicht mit Body IP, sondern mit Neosabs. Zugegeben, so ganz 100% korrekt ist der Titel dieses Mal nicht. Ich bin nämlich, obwohl die Nährwerte echt nicht so geil sind, ein riesen Fan von diesen Crosspop-Riegeln. Die hätte ich also voll gerne auch noch in den Warenkorb gepackt. Allerdings kommen die erst im Herbst wieder, weil es aktuell einfach zu heiß ist. Anstelle der Riegel habe ich dann aber noch ein anderes Snackprodukt gefunden, dazu aber dann gleich mehr. Den Anfang, den machen wir jetzt nämlich erstmal mit einem Proteinpulver. Da hat der Neosabs mittlerweile richtig viele Produkte und Geschmacksrichtungen im Sortiment. Aber wenn ich mich unter allen Produkten auf meinen Favoriten festlegen müsste, dann wäre das das Isolate Whey im Chocolate Flavor. Ich spreche hier also vom Whey Isolat, das ja theoretisch in Sachen Eiweißgehalt das Potenzial haben müsste, im hohen 80er Bereich zu landen. Die Strategie beim Isolate Whey ist aber eine etwas andere. Tatsächlich ist nämlich der Kakaoanteil in diesem Produkt so derart hoch ausgefallen, dass wir durch die Kombination mit den Aromen, den Süßungsmitteln und den Verdauungsenzymen, die allerdings nicht viel Platz einnehmen, bei nur noch 80% landen. Das geht natürlich für ein Proteinpulver immer noch völlig klar, ist aber gemessen an den Whey Isolate Standards relativ wenig, was sich aber dadurch eben in einem richtig guten Geschmack äußert. Und deswegen ist es auch mein Favorit unter den Proteinen. Dadurch, dass es ein Isolate ist, ist der Kompromiss in Sachen Nährwerte halt echt vertretbar. Tatsächlich findet auch Stefan, also einem der Produktentwickler von Neosabs, dass das der geilste Geschmack ist. Just saying. Damit es aber jetzt im Sommer auch mal etwas erfrischender zugeht, habe ich noch ergänzend die True ERAs in den Warenkorb gelegt. Die trinkt man ja traditionell um das Training herum, lassen sich aber natürlich auch super mit einer Mahlzeit kombinieren, um wiederum dessen Eiweißqualität etwas aufzuwerten. Mein ERA-Vergleich von damals, der hatte ja auch gezeigt, dass die ERAs von Neosabs nicht nur alle essentiellen Aminosäuren inklusive Histidin beinhalten, sondern gleichzeitig auch noch eine vergleichsweise hohe Konzentration an Aminosäuren generell aufweisen. Man bekommt also so gesehen verhältnismäßig viel Wirkung aus dem Pulver, ohne dabei nicht mal unbedingt auf guten Geschmack verzichten zu müssen. So ein gewisser Eigengeschmack der Aminosäuren, der ist zwar definitiv noch erkennbar, ich würde den Geschmack aber insgesamt trotzdem noch als überdurchschnittlich bezeichnen. Besonders eben in Anbetracht der hohen Aminosäurenkonzentration. Die Sache ist nur, dass ich bei den ERAs noch nicht alle Flavors kenne. Und deswegen werden die Gewinner bei den ERAs auch eine freie Geschmacksauswahl haben. Um allerdings erstmal gewinnen zu können, müsst ihr zum einen natürlich diesen Kanal hier abonniert haben und zum anderen müsst ihr unter diesem Video einen Kommentar verfassen, in dem ihr euren absoluten Wunschgeschmack für einen ERA-Flavor mit reinschreibt. Es geht hier also wirklich um Flavors, die es so bei Neosabs noch nicht gibt. Ich würde ja auf jeden Fall Bier oder Radler in meinen Kommentar schreiben, würde aber meiner Meinung nach auch ziemlich gut passen. Welchen Geschmack ihr auswählt, ist euch aber natürlich komplett selbst überlassen. Zeit habt ihr dafür auf jeden Fall wie immer genau eine Woche. Das Thema Verdauung, das verbinde ich auch schon länger mit der Firma Neosabs, nicht zuletzt auch durch die Verdauungsenzyme, die ja so beispielsweise auch eben im Isolate-Way zum Einsatz kamen. Und genau deswegen hat es mich auch wenig gewundert, als Neosabs jetzt jüngst den Enzyme-Komplex herausgebracht hat. Das sind nämlich solche Verdauungskapseln, die man zusammen mit bzw. kurz vor einer Mahlzeit einnehmen soll, um einerseits für eine bestmögliche Aufnahme der Nährstoffe vorzusorgen und andererseits, um Verdauungsprobleme möglichst zu vermeiden. Bei sowas von einem Lieblingsprodukt zu sprechen, wäre natürlich übertrieben. Aber ich finde das Thema halt echt wichtig, weil wir uns so oft über die Zusammensetzung unseres Essens unterhalten, aber im Vergleich dazu eben lächerlich wenig über die letztliche Aufnahme der Nährstoffe. Und da man das Ganze in diesem Falle einfach mal ausprobiert haben muss, um wirklich darüber urteilen zu können, packe ich euch das Ganze mit in den Warenkorb. Das nächste Produkt ist dann der PrimeStack, was quasi das absolute Basissupplement für einen Kraftsportler darstellen soll. Enthalten ist dazu allererst das Kreatin, sprich das absolute Go-To-Supplement, um mittel- bis langfristig das Maximum der eigenen Kraftwerte herausholen zu können. Natürlich produziert unser Körper auch selbst das Kreatin und in Essen ist ja teilweise auch etwas enthalten. Aber um unsere Speicher wirklich maximal zu füllen, ist eben eine Ergänzung in Form eines Kreatinsupplements unerlässlich. Der zweite Inhaltsstoff ist dann das Beta-Alanin, das man vor allem durch das kurz auftretende Kribbeln nach der Einnahme kennt. Das ist aber tatsächlich nur eine Nebenwirkung und nicht das eigentliche Ziel von Beta-Alanin. Mit der Einnahme wollen wir nämlich vielmehr durch eine Folgereaktion die Karnosin-Speicher auffüllen, die uns dann wiederum dabei helfen sollen, das Übersäuern der Muskulatur während einer Übung noch weiter hinaus zu zögern. Im Gegensatz zum Kreatin ist hier also vor allem die Kraftausdauer das Thema. Die dritte Zutat ist dann das Ashwagandha, was in seiner Rolle als Adaptogenen und damit als Stresslinderer gleich ganz viele Vorteile mit sich bringt. In Bezug auf den Kraftsport ist aber sicherlich der positive Einfluss auf den Muskelaufbau die spannendste, sollte dafür aber wie die anderen Zutaten eben auch nicht nur einmalig, sondern eben möglichst täglich eingenommen werden. Zu guter Letzt ist dann im Prime-Stack noch das Glutamin enthalten, das in der Form eingenommen vor allem als wichtige Energiequelle unserer Darmzellen fungiert und daher wieder förderlich für die Verdauung sein kann bzw. sein soll. Beim Prime-Stack habe ich mich übrigens für den Wildberry-Geschmack entschieden. Und last but not least kommen wir dann noch zu eben jenem Snack-Produkt, das ich am Anfang schon angeteast habe. Ich wollte nämlich noch irgendwie so ein kleines Highlight in den Narenkorb packen, dass man einfach weniger auf dem Schirm hat, wenn man an die Marke Neosabs denkt und habe mich deshalb für die Pizza-Backmischungen entschieden. Mit diesem Basispulver kann man sich nämlich relativ einfach einen Pizzateig mit insgesamt schon 63 Gramm Eiweiß bei überraschend wenig Fett und Kohlenhydraten zusammenkneten und durch den Belag, wo man dann logischerweise komplett freie Auswahl hat, kann man die Eiweißmengen durch Lightcase zum Beispiel noch weiter steigern und kommt soeben relativ easy auf eine Pizza mit über 100 Gramm Eiweiß. Kann man entweder einmal oder im Fünferpack bestellen. Für dieses Gewinnspiel habe ich mich natürlich für den Fünferpack entschieden. Und dadurch landen wir vor Einlösen des Rabattcodes FELIX10 auch schon wieder bei einem Warenkorbwert von ungefähr 140 Euro. Also wieder ein richtig fettes Paket und ich hoffe, dass ich damit den Gewinnern eine Freude machen kann. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.